Willkommen zurück zu Call of Duty World War II. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wir machen direkt weiter. In der letzten Folge sind wir nach Hause geschickt worden, weil wir unseren Freund Sassman retten wollten und davon von Piersen aus den Platoonen ausgeschlossen worden sind. Worum auch immer. Wir werden es jetzt wahrscheinlich erfahren in der... März 1945. Wir sollen mit der 9. Panzerdivision und der 99. die Brücke von Remagen einnehmen. Wenn wir es rüberschaffen, bricht der deutsche Widerstand zusammen. Ja, das stimmt. Ich wäre so gern bei Hazel, wenn unser Baby kommt. Aber ich muss Piersen überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Ich tue das, um Sassman zu finden, weil er dasselbe für mich tun würde. Falls ich nicht nach Hause komme, hab ein Auge auf Sie, Paul. Achso, wir haben schon... Wir haben schon das Ende gesehen. Das haben wir ja gerade eben gesehen. Was sieht's aus? Selbstmord. Geh da lieber nicht rein. Piersen hat einen MT. Danke für die Warnung. Soll das ein gottverdammter Scherz sein? Ich suche weiter nach Sassman. Holen Sie sich beim Kaplan raus. Ich kann nur Leute brauchen. Die Befehlen folgen. Und Ihre Befehle, als Sie sich weigerten, Ihre Leute zurückzulassen in Kasserin? Nein, 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 nein. Ja, steht auf. Nein. Was haben Sie da gesagt? Ja. Die Wahrheit. Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Davis hat's mir gesagt. Es war nicht Ihre Schuld. Sie wollten das richtige tun für Ihr Plateau. Los, raus. Los, raus! Ich bleibe, wo ich bin. Ich sagte raus! Mein Befehl war es, zurückzufallen. Doch ich hielt mich für schlauer. Ich sagte den Männern, dass wir den Pass halten, bis die Verstärkung kommt. Doch die kam nie an. Sie kam nie an. Sie haben wohl recht. Ich trage diese Schuld. Jetzt raus. Nicht ohne mein Plateau. Sie halten sich für mutig, ja? Machen Sie mal den Job Tag ein und Tag aus, während Ihre Leute krepieren. Turner hätte niemals so aufgenommen. Turner ist tot! Sein Tod soll Wert haben! Kein Opfer zu groß! Sie wissen nicht, wie es ist, Opfer zu bringen! Und was ist das? Entlassungspapiere, ausgestellt von Davis. Ich könnte heim. Ich könnte zu Hause sein. Als Held gefeiert. Und bei meinem Mädchen. Scheiße. Mit einer Medaille. Aber ich bin noch nicht fertig. Sie sind wohl verrückt. Verrückt ist gar kein Ausdruck. Meinetwegen. Sergeant. Jetzt folgen Sie mir, verdammt. Entweder jetzt oder niemals. Gehen Sie mir aus dem Weg. Dann sind hier alle da. Nein, einer fehlt. Holen wir unseren Freund zurück. Ja, Corporal. Falls Sussman lebt, dann hinter der Brücke. Wir müssen sie einnehmen. Okay, das ist sie. Die letzte Brücke über den Rhein. Wenn der Konvoi drüben ist, sind wir mittendrin. Wir jagen sie hoch. Alles oder nichts. Das ist jetzt das Finale. Okay, sei los. Mir nach. Sichern wir den Brütenzugang. Ja, Sergeant. Kommt jetzt. Hey, Sie dürfen Ihre zweite Chance nicht vermasseln. Das werde ich nicht. Kommen Sie. So, weiter geht's. Wir können solche Versteckungen jetzt zur Brücke vorstehen. So, weiter geht's. Okay. So, weiter geht's. Ich schieße jetzt! Wow! Da haben sie ein bisschen Synchronisation vergessen Es gibt keine Menschen zu stellen Ich hab das Video... Mach es rein! Es hat einenâtgelern Sieg! Doktorab! Okay, ich bin nicht ganz mit! Keine Ausnahme! Ich bin nicht ganz mit! Das ist nicht so gut! Das ist nicht so gut! Leer, oh shit, ich brauche nur mit Zorn. Yes! Welche Torn? Daniel Jeyello. Der Torn ist ein Torn. Achte auf die Knappe! Uns beutet! Achtung. Achtung! 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 Da war wohl noch einer. Gesichert! Jo. Nice. Jetzt geht's wieder runter. Helft mir! Frau, zu mir! Helft mir! Wir rücken zur Brücke! Ich kann meine Beine nicht bewegen, Amerikaner. Ich flehe euch an. Ich kann meine Beine... Die Krautfresser sprengen die Brücke! Wir müssen sie stoppen! Was wissen wir? Wir fahren schweres Geschütz auf! Verschafft uns Zeit! Wir kümmern uns um die Ladungen! Okay, ich gehe voraus! Daniels und Stiles geben den Pionieren Deckung! Bereit? Bereit! Na los, gehen wir! Ihr zwei! Entschärft die Springsätze unter dem Mauerwerk! Die Krautfresser fallen zurück! Weck! Unten und Wasser bleiben! Feuer! Achtung! Lauf! Lauf! Wir haben den Falle hier! Wir werden überrascht! 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 Ich stehe auf jeden Fall im Panzer. Null gar nicht. Sie jagen die Brücke hoch! Scheiße. Aufstehen und weiter! Wir haben noch einen Job zu erledigen! Angriff! Wow! Hört mal! Flugzeuge! Stoß! 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 Staff! Stoß! Tag den Tag! Ich 생각 euch hier! Schau! Ich los- Chau! Ich los! Shit, das habe ich nicht gesehen. Der Fall, die Granate! Ah man Schmeißer in die Granate! Granate gewonnen! Lass doch nach, man! Diese jauere Nachlade-Animation! Oh, ne! Na, an den Fässern! Der Brückenkopf ist dicht! Kann ich gebrauchen! Nein! Na, an den Fässern! Der Rest ist im restlichen Turm sicher! Sie sind hier! Heid, ein, ein, um die Feuer! Schmerz! Jankins! Alle bereit machen! Werfe eine Granate! Das waren alle! Ich werde wieder runter gehen! Zack, 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 zack! Noch einmal Ammunition! Die Flieger werden die Brücke zerstören! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Cool, kann ich jetzt Flaks spielen lassen? Daniel, schaue! Hier nach! Bewegung, los! Weit gesichtlich! Werfe Granate! Werfe eine Granate! Granate! Wir haben irgendwas vor! Wir müssen diese Flaks einnehmen! Schmerzen! Daniel, rüber zu der Luftabwehrkanone! Ja, ja, ich seh's nur nicht. Oh, je, 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 ich seh's nur nicht. Das ist es ja. Okay, Abwehrkanone hab ich jetzt. Oh. Die Brücke schützen. Links. Er stürzt ab. Yeah, sehr gut. Nicht nachlassen. Ja, stürzt ab. Also, Asti. Er stürzt ab. Asti. Du packst das, Daniels. Er stürzt ab. Yeah, sehr gut. Das war es nur. Er stürzt ab. Sie haben dich gesehen, Daniels. Wo, wo, wo? Schwingt nach links. Nice. Alles klar. Boah, ich konnt grad nicht mehr schießen. Holy moly. Yes, man. Unsere Flieger sind hier. Ja. Jetzt krachten sie uns mit allem an, was sie haben. Wir sind doch nicht krass. Wir zwei, je nach. Ah, reloading. Ich bin nicht mehr sch думаюt. Ich bin nicht mehr schwingt. Ich bin nicht mehr schwingt. Werfen eine Granate! Ah, die geht mal mit ihren Panzerabwehrgranaten. Feind gesichert! Sie kommen raus! Alle Mann, Waffen runter! Waffen runter! Sie ergeben sich! Das ist vorbei! Es ist vorbei! Brücke erobert. Corporal Howard. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Das ist verdammt viel mehrfällig als das. Kommt schon her! Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Als Erste über den Reihen. Was guckst du so, Deutscher? Wir wissen von einem Gefangenenlager in der Nähe. Davis hat angeordnet, auf Autorisierung für einen Einsatz zu warten. Aber Sie wissen ja, was wir von solchen Befehlen halten. Verstanden, Sergeant. Okay. Ich hoffe, wir finden, äh, Sass mit Leben. Unser Platon hat den ersten Brückenkorb am Rhein errichtet. Jetzt rollt unser Konvoi ins Herz von Deutschland. Es heißt, der Krieg wäre so gut wie gewonnen. Nicht für mich. Erst wenn ich Sass gefunden habe. Nachdem wir die Brücke bei unserer Ostmission verlassen hatten, durchsuchten wir die Lager auf dem Weg. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher, ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sass man gehörte, in ein kleineres Lager, drei Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Sie wollten verheimlichen, was hier passiert ist. Tja. Wie kann ich denn nichts finden? Wo komme ich da lang? Komm ich hier rein? Ah, da. Das waren unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahin vegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerrationen. Hier drüben. Hier drüben. Sie sind vermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Sie haben die Schwächsten abgeschlachtet. Alle, die zu langsam waren. Daniels! Geh drüben! Nein. Daniels! Das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Da warten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sussmann. Wir finden. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant! Ich geh vor! Sussmann! Oh! Oh! Schneller! Red! Red! Erschieß ihn! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur weil ich nicht... Verdammt! Ich komme, Sussmann. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Ich hab keine Ahnung wo lang. Sussmann! 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 Höre Sie! Bewegung! Start! Finden Sie Sussmann, okay? Ich befürchte nichts Gutes. Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Die Scheiße ist ja schon abgemagert, krass. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden, sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sassman wollte, dass du den kriegst. Du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du aber kein Vertrauen? Das wird schon. Gentlemen? Queens! Der verlorene Sohn kehrt heim. Wie, Sassman? Sassman hat doch überlebt. Kommst du zurecht? Oder ist er dann doch gestorben? Ich geh nochmal zu Sassman. Wollte schon sagen. Sergeant? Kehren sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Ja. Und wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sage ich, ich war bei der Ersten und dem irren Bastard Pearson. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, als sie uns mitnahmen, raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du, du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du es nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Happy End. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich höre immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal sehe ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch deinen Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Ja, Leute, das war Call of Duty. World War II hier auf meinem Channel. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Wir haben es endlich mal nach drei Jahren abgeschlossen. Ja, eigentlich eine sehr geile Kampagne. Ja, muss man sagen. An manchen Stellen etwas kurz und an manchen Stellen wieder ein bisschen aufgelegt. So wie Mohun schießen. Aber im Groben und Ganzen eine sehr, sehr, sehr gut erzählte Kampagne. Meiner Meinung nach. Ja. Würde mich freuen, Leute, wenn ihr das Projekt auch mit einem positiven Daumen bewerten würdet. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal hier. Würde sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Let's Play. Vielleicht wird's auch wieder ein Call of Duty. Wer weiß. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Amen. 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 Amen.